Der Weihnachts-Insel hat uns noch ein bisschen was mitgedacht, ein bisschen Sternenstau für euch und er möchte euch ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Der Weihnachts-Insel hat uns noch ein bisschen was mitgebracht. Mit dem Sternenstau wird das bestimmt ein schönes Weihnachtsfest in diesem Jahr. So haben denn alle ein bisschen... Okay, dann sagt Bescheid oben all denen, die dort packen und schaffen und basteln und machen, dass die Kinder lieb sind und dass die dann auch alle ihr Geschenke bekommen. Vielen Dank.